Also in erster Linie würde ich allen jungen Leuten sagen, seid neugierig. Ich glaube, ein Erfolg des Lebens besteht darin, dass wir uns offen behalten für verschiedenste Möglichkeiten. Im Beruf, im Privaten, in der Präletristik, in der Kultur, in der Kunst und überall. Und die Voraussetzung ist, man muss neugierig sein. Das ist das Allerwichtigste. Man sollte sich nicht versliessen, man muss offen sein. Das heisst nicht, dass man sich wegen dem irgendwo zerstreibt oder verliert. Sondern es muss einfach eine Substanz da sein, aus der man quasi abrufen kann.